Ich bin da auf so einem Acker, wo lauter Steine rumfliegen. Da gibt es die wunderschönen, schön, schönchen. Wie die aussehen. Der sieht toll aus. Unbehandelt. Wunderschön. Pfarrer der Rotzberg bei Rostorf. Der Metall ist zeilhart. Das ist hier wohl so ein Sattelberg. Dann im fernen der Rotzberg. Die dumme Flächen können auf Siedlungsspuren hinweisen. Der Tonne Richtung Reischensheim. Da hinten in ferner ist der Felsberg. Das kann man ganz schäbenhaft erkennen. Das ist auch bei Rammstadt. Was hat es den Glauben? Ich stehe hier, Sturmhaube an, Kniestrümpfe an. Dicke Wind ja gerade. Der Wind ist eisig. Nur geträumt, dass er warm war. Nur geträumt. Da ist er wieder aufgesetzt. Die Fallabends sind wir zusammen. Jetzt müssen wir sie wieder aufsetzen. Das war es. Der Wind ist ein Schmerzberg der Wind. Die Wind ist ein Schmerzberg. Die Wind... ... bis zum Schmerzberg. Das war's. Da ist er fertig, der Waldriese. Mal sehen, was wir aus der Rinde bauen können. Das Tolle an Waldkunst ist, dass man aus allem, was man im Wald sieht, aus allen Waldmaterialien, was bauen kann. Da kann man natürlich die Rinde hier so einfach verrotten lassen und man kann auch irgendwas bauen draus. Also baue ich mal was draus. Ja und langsam entsteht da was draus. Außerdem ist es natürlich doch was Nützliches. Da leidet man sowieso in der Ideenlosigkeit, wenn man sowas macht. Man kann das mit diesen natürlichen Materialien des Waldes immer machen. Und das ist natürlich auch was Nützliches. Das ist nämlich eigentlich ein Insektenhotel. Weil da lassen sich nämlich jetzt alle möglichen nützlichen Insekten drin nieder. Und vermehren sich da, wenn das Holz da zerfällt. Ja, da sind noch Smuchmaterial da. Die Baumrindenpyramide ist das jetzt schon. Da sind schon jede Menge Schnecken und Spinnen unterwegs. Also was ich jetzt schon gesehen habe. Und fertig ist die Insektenhotel-Baumrindenpyramide. Das muss man mal angucken so von außen. Das ist mal für alle ambitionierten Naturfreunde, die auch mal sowas bauen wollen. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das dauert schon einen Moment, bis man sich so hoch gebaut hat. Also ist da auf jeden Fall viel Geduld gefragt. Aber wenn man die Geduld aufbringen kann, dann ist das richtig toll. Das sieht richtig toll aus. Das ist doch ein schön Bauwerk, oder? Da geht es bestimmt drinnen hoch her. Heute Morgen und übermorgen. Und in einer Woche erstmal, was da los sein wird. Wow, wow, wow. So sieht es doch in Opa aus. Und ewig auf die Wallkunst. Was ist das? Was ist das?